Und weil der Prolet ein Prolet ist, drum kann ihn auch kein anderer befreien. Es kann die Befreiung der Arbeiter nur das Werk der Arbeiter sein. Drum links zwei drei, drum links zwei drei, wo der Platzgenosse ist. Reih dich ein in die Arbeitereinheit und weil du auch ein Arbeiter bist.